Günstig statt billig Reisen für unter 500 Euro Roadtrip in Europa, Reisen mit dem Auto innerhalb der EU, Citytrips, Camping, Landschaft, Rundfahrt mit dem Pkw, romantische Städte und Urlaubsinspiration. Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com. Günstig statt billig Reisen für unter 500 Euro. Ein Roadtrip durch Europa Ein Roadtrip durch Europa mit einem Budget von unter 500 Euro mag auf den ersten Blick wie ein unmögliches Unterfangen erscheinen. Doch mit der richtigen Planung, den passenden Strategien und ein paar cleveren Tricks lässt sich ein unvergessliches Abenteuer erleben, ohne das Budget zu sprengen. Hier erfährst du, wie du günstig, aber nicht billig reisen kannst und dabei das Beste aus deinem Geld herausholst. Entdecke praktische Reisetipps und Travelhacks für deinen nächsten Roadtrip innerhalb der EU. Warum günstig statt billig Reisen? Es gibt einen feinen Unterschied zwischen günstig und billig Reisen. Während billig oft mit schlechten Erfahrungen, mangelndem Komfort und schlechter Qualität in Verbindung gebracht wird, bedeutet günstig, das Beste für dein Geld zu bekommen. Es geht darum, klug zu planen, um hochwertige Erlebnisse zu einem erschwinglichen Preis zu genießen. Ein Roadtrip ist dafür die ideale Reiseform, denn er bietet Flexibilität, Freiheit und die Möglichkeit, Orte abseits der üblichen Touristenpfade zu entdecken. Sorgfältige Planung ist der Schlüssel. Eine sorgfältige Planung ist der erste Schritt zu einer erfolgreichen und günstigen Reise. Beginne damit, dein Budget klar zu definieren und plane, wie viel du für verschiedene Kategorien wie Transport, Unterkunft, Verpflegung und Aktivitäten ausgeben möchtest. Es ist auch hilfreich, eine grobe Reiseroute festzulegen, um unnötige Ausgaben und Umwege zu vermeiden. Nutze Online-Resourcen und Reiseblogs, um Insider-Tipps und Empfehlungen für weniger bekannte, aber lohnenswerte Ziele zu erhalten. Informiere dich über die besten Reisezeiten, um von niedrigeren Preisen außerhalb der Hauptsaison zu profitieren. 2. Die Wahl des richtigen Fahrzeugs Ein sparsames Fahrzeug ist entscheidend, um die Kosten für einen Roadtrip niedrig zu halten. Wenn du bereits ein eigenes Auto besitzt, stelle sicher, dass es in gutem Zustand ist und überprüfe den Kraftstoffverbrauch. Falls du ein Auto mieten möchtest, vergleiche die Angebote lokaler Anbieter und achte darauf, ein Fahrzeug zu wählen, das sowohl zuverlässig als auch kraftstoffeffizient ist. 3. Plattformen bieten oft attraktive Angebote, besonders wenn du flexibel bist und bereit, Last-Minute-Deals zu nutzen. 4. Günstige Unterkünfte finden Unterkünfte sind oft einer der größten Kostenfaktoren auf Reisen, aber es gibt viele Möglichkeiten, hier zu sparen. Camping ist eine hervorragende Option für einen Roadtrip durch Europa. Viele Länder bieten gut ausgestattete Campingplätze an, die oft günstiger sind als Hotels oder Ferienwohnungen. Außerdem ermöglichen sie dir, näher an der Natur zu sein und flexibel zu reisen. Wildcampen kann eine noch günstigere Alternative sein, sofern es in deinem Reiseziel erlaubt ist. Hostels, Jugendherbergen und Ferienwohnungen bieten weitere preiswerte Unterkunftsmöglichkeiten. Plattformen wie Airbnb und Couchsurfing können dir helfen, günstige Übernachtungsmöglichkeiten zu finden, bei denen du zudem oft Einheimische kennenlernst und authentische Einblicke in das lokale Leben erhältst. 4. Sparen bei der Verpflegung Die Verpflegung kann schnell ins Geld gehen, besonders in touristischen Gegenden. Eine gute Möglichkeit, die Kosten niedrig zu halten, ist, so oft wie möglich selbst zu kochen. Viele Hostels und Campingplätze bieten Küchen, die du nutzen kannst. Kaufe lokale Produkte auf Märkten oder in Supermärkten und genieße ein selbst zubereitetes Picknick an einem schönen Ort. Streetfood und lokale Imbisse sind ebenfalls eine kostengünstige und authentische Möglichkeit, die lokale Küche zu genießen. Viele europäische Städte haben eine reiche Streetfood-Kultur, die leckere und günstige Optionen bietet. Vermeide teure Restaurants in touristischen Zonen und frage stattdessen Einheimische nach ihren Lieblingslokalen. 5. Kostenlose und günstige Aktivitäten Europa bietet eine Vielzahl von kostenlosen oder günstigen Aktivitäten, die es zu entdecken gilt. Viele Städte haben historische Sehenswürdigkeiten, Museen und Parks, die entweder kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr zugänglich sind. Informiere dich im Voraus über kostenlose Eintrittstage oder Rabatte für bestimmte Gruppen wie Studierende oder Senioren. Einige Städte bieten auch kostenlose Stadtführungen an, bei denen du die Geschichte und Kultur des Ortes von einem lokalen Guide kennenlernen kannst. Nationalparks und Naturschutzgebiete sind oft kostenlos zugänglich und bieten die Möglichkeit, die beeindruckende Landschaft Europas zu erkunden. 6. Nutzen von Rabattkarten und Reisepässen Viele europäische Städte und Regionen bieten spezielle Touristenkarten an, die freien oder ermäßigten Eintritt zu Sehenswürdigkeiten, Museen und öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglichen. Diese Karten können eine gute Investition sein, wenn du planst, mehrere Attraktionen zu besuchen. Informiere dich im Voraus über die verschiedenen Optionen und wähle diejenige, die am besten zu deinen Reiseplänen passt. 7. Flexibilität ist entscheidend Eine der größten Freiheiten eines Roadtrips ist die Flexibilität. Nutze diese, um deine Reiseroute spontan anzupassen und abseits der ausgetretenen Pfade zu reisen. Oftmals sind weniger touristische Gebiete günstiger und bieten authentischere Erlebnisse. Flexibilität ermöglicht es dir auch, von Last-Minute-Angeboten zu profitieren und Geld zu sparen. 8. Nachhaltig reisen Für dich und die Umwelt Nachhaltiges Reisen ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern kann auch helfen, die Kosten niedrig zu halten. Reise mit einem sparsamen Fahrzeug, nutze öffentliche Verkehrsmittel womöglich und versuche deinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Nachhaltige Unterkünfte und lokale Produkte unterstützen die regionale Wirtschaft und bieten oft eine authentischere Reiseerfahrung. Ein Roadtrip durch Europa mit einem Budget von unter 500 Euro ist nicht nur machbar, sondern kann auch zu einem der aufregendsten und unvergesslichsten Abenteuer deines Lebens werden. Mit der richtigen Planung, Flexibilität und ein wenig Kreativität kannst du viele erstaunliche Orte entdecken, ohne ein Vermögen auszugeben. Ob du die romantischen Straßen Frankreichs, die atemberaubenden Landschaften Schottlands oder die sonnigen Küsten Spaniens erkundest, der Schlüssel zu einem erfolgreichen Roadtrip liegt in der Kunst des günstigen Reisens. Packe deine Sachen, starte den Motor und erlebe Europa auf eine neue, preisbewusste Art und Weise. Mehr im Buch Roadtrip in Europa, Reisen mit dem Auto innerhalb der EU, City Trips, Camping, Landschaft, Rundfahrt mit dem PKW, romantische Städte und Urlaubsinspiration auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln. Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt. Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern. Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story. Tagge mich, damit ich deine Posts sehe und wir uns auch dort vernetzen können. Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist. Bis zur nächsten Episode, mach's gut und bleib inspiriert.